Wie lange halten Implantate und wie pflegt man diese richtig? Werden die Implantate in den Kiefer reingesetzt, sollen die nicht nur einmal einheilen, sondern die sollen auch für immer dort bleiben. Das heißt, das soll nicht nur für zehn Jahre oder für 20 Jahre sein, das soll wirklich für den Rest des Lebens in Benutzung sein. Dafür muss man diese Implantate aber nicht nur gut und ordentlich operieren, sondern man muss sie auch richtig pflegen. Das heißt, die tägliche Mundhygiene muss ganz klassisch betrieben werden, so wie wenn man die Zähne immer pflegt, mit Zahnbürste, mit Mundspülösung, mit Zahnseide, das muss immer gereinigt werden. Das heißt, man muss sich da wirklich ordentlich drum bemühen. Und wenn es geht, aufs Bauch und Verzicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017